Die Science Fiction Science Fiction Nicht mal die Nachschlagewerke der einzelnen Sprachen sind sich einig, welchen Artikel oder welches Geschlecht Science Fiction er nun hat. Für unsere Jubiläumsausgabe von Tolkien der Fantastic Talk, diesmal ist es die Ausgabe Nummer 10, haben wir uns Gäste eingeladen, mit denen wir uns über genau dieses Thema unterhalten wollen. Dann hat die Science Fiction ein Geschlecht. Wie immer sind wir live, interaktiv und ungeschnitten ab dem 12.06.20 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Brennen-Buchstaben. Wir freuen uns auf euch und bis dahin, bitte bleibt fantastisch.